Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Hi, hast du Black Ops 2? Nein, hab ich noch mal, hab ich glaube ich in den Mülleimer geschmissen oder so. Herzlich willkommen zu Infizierter und Filmclan. Fickt euch, ihr Hacker. Das kann man jetzt zwar noch nicht sehen, aber das werden wir am Ende sehen, weil ich bin jetzt dem Clan Fickt euch, ihr Hacker beigetreten. Ja, ihr kennt alle Commanderkrieger. Er hat den Clang ergründet und zwar hat er ein Zeichen gegen Hacker setzen wollen. Und das finde ich ganz, ganz sympathisch. Wenn jemand ein Zeichen gegen Hacker stellt, dann bin ich dabei und macht natürlich diesen Clan-Tag rein. Fickt euch, ihr Hacker. Ciao. Flieg schön, hoffentlich hast du ein Fallschirm dabei. Wenn nicht, bist du tot. Guck mal nochmal, kann ich da runterspringen? Jo. Oh, ne, lieber nicht. So, also, und zwar, mein Thema heute ist Google Plus. Der größte Rotz der Welt. Ich kann Totti nachvollziehen, und zwar, Totti, den schaue ich ab und zu gerne mal auf YouTube zu. Und zwar schreibt er immer so in die Kommentare, oh Gott, ich bin tot. Ne, das macht er jetzt nicht. Auf jeden Fall schreibt er in die Kommentare, äh, ich kann keine Kommentare mehr beantworten. Was ist da los bei Totti? Und zwar, dieses neue Google Plus hat irgendwie einen Fehler bei Totti gemacht. Und jetzt kann er nicht mehr auf die Abonnenten antworten. So, wie ich das mitbekommen habe. Finde ich ganz schlimm, weil Totti immer, 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 immer die Leute, äh, ja, angeschrieben hat. Wenn man eine Frage hat an Totti, er hat geantwortet. Totti ist eine richtig geile Sau. Und jetzt ist er natürlich Problem, kann nicht mehr antworten, finde ich kacke. Okay. Natürlich, man kann was gegen Google Plus tun. Zum Beispiel den Hashtag Google, äh, Bobby bildet eine Armee. Äh, du bist gegen diesen Panzer. Verteilen auf YouTube, dieses Spam-Zeug. Geht leider auch nicht mehr, soweit ich das mitbekommen habe. Da natürlich YouTube inzwischen schon einen Spam-Filter reingemacht hat. Das heißt, es ist gar nicht mehr möglich, dieses Bob bildet eine Armee, äh, ja, zu verbreiten. Das heißt, du änderst das ein bisschen ab und dann kannst du das immer noch verbreiten. So, 300 Punkte, PD244. Schöner Name, aber du bist leider tot. Tut mir leid, du bist ein Zombie. Und jetzt müssen wir gucken. 1 Minuten 54 haben wir noch am Start. What the fuck? Jo, ich bin jetzt erstmal für vier Wochen offline. Bin immer nur freitags online. Bin jetzt nämlich im Knast, jo, im Gefängnis. Ich hab leider eine kleine Straftat begangen. Und muss jetzt, äh, ins Gefängnis. Das heißt, ich bin erst immer freitags online. Da bin ich auf Bewährung. Für ein paar Stunden, dann zocke ich immer. Solange muss ich mich immer diese Fußfessel tragen. So. 12 zu 0. Ghost eliminiert. Wuhu, Baby. MW3 hat er drin. Ja, MW3. Warum hat er MW3 drin? Wahrscheinlich, weil MW3 auch infiziert hat und so. So. Da ist es. Fickt euch, ihr Hacker. Oder Hacker, ihr euch ficken. Oder sowas in der Ähnlichkeit. So. War, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Eine kleine Runde hier infiziert. Oh. Platz Nummer 3. Moin, moin. So. Wollt ihr noch jemand grüßen hier? Jo, ich will meine Mama grüßen. Jo, schön. Grüß deine Mama. Und. LS3 auf. Und was haben wir denn da heute? Hi, hast du Black Ops 2? Hab ich nicht. Lol. Ist einer deiner Freunde online. Der deutsch ist und ein Headset hat. Und hast du ein Headset? Klar, ich hab immer ein Headset. Aber bei mir sind, glaub ich, 43 Leute online. Ein bisschen zu viel. Leute, ich sag auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Frau Gamescom meldet sich zurück. In Studio. Haut rein. Und ich bin nur freitags. Immer drei Stunden online. Das heißt, vier Wochen bin ich jetzt im Internat. Nur damit ihr Bescheid weißt. Ich versuch da oben natürlich, jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen. Muss aber, blöderweise, immer ins Internetcafé laufen, um was hochzuladen. Weil mein Handy gesperrt ist, hab die Rechnung von 400 Euro nicht bezahlt. Das bleibt aber unter uns, oder? Okay, Leute. Haut rein. Ciao.